Hallo liebe Freunde des kostenlosen Downloads. Heute in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr kostenlos und legal Filme aus dem Internet downloaden könnt. Zunächst geht ihr auf die Seite www.filme.topusenet.de. Dort könnt ihr euch eine Software runterladen und zwar die Usenet Software. Mit dieser könnt ihr kostenlos und wirklich legal downloaden. Falls ihr das nicht glaubt, geht am besten in den FAQ Bereich oder googelt selber. Ob das Usenet legal ist und am besten auch gleich nach den Urteilen von verschiedenen Landgerichten. Hier zum Beispiel das Oberlandgericht von Hamburg sagt, dass zum Beispiel das Usenet legal ist. Das bestätigt auch das Landgericht München und auch Düsseldorf. Wie gesagt, es ist komplett vollkommen legal das Usenet zu benutzen. Und auf der Seite www.filme.topusenet.de könnt ihr euch die Software kostenlos runterladen, ohne irgendwie anmelden zu müssen oder sonstiges. Normalerweise würde der Software downloadiert drin sein. Dieser ist jedoch versteckt hinter einem sogenannten Zeitschaltuhr, da ihr 300 Sekunden runterzählt. Oder ihr teilt es auf Twitter, Google Plus oder Facebook und dann kommt ihr sofort an der Software ran. Das mache ich mal. Ich blicke auf Teilen. Fertig. Und dann könnt ihr euch die Software runterladen. Einfach runterladen, Datei speichern, installieren. Bei der Installation müsst ihr lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben. Die Software vom Top Usenet schicken euch dann diese Zugangsdaten zu und dann könnt ihr euch einloggen und genüsslich ein Gigabyte downloaden. Ohne irgendwas. Ohne Abo. Ohne nichts. Das habe ich mal hier gemacht. Mal fertig installiert. Und da schauen wir mal rein. Filme. Schwer zu sagen, welche Filme es gibt. Daher gebe ich einfach mal ein Filme. Bin mal gespannt, was denn so rauskommt. Die Filme sind zum größten Teil quasi so im Vorgeschmack auf den eigentlichen Filmen oder auch mit schlechterer Qualität, damit ihr euch den Film in besserer Qualität auch kauft. Was es hier nicht gibt, ganz klar, irgendwelche Kinofilme. Die sind illegal. Die gibt es hier meistens nicht. So, ich gucke mal nach was nach anderem. Indiana Jones. Indiana Jones. Ja, gibt es genug. Da müsst ihr euch mal ein bisschen was durchlesen. Weil es sind ja verdammt viele verschiedene Dateien mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Und am besten einfach mal durchstöbern. Wie ihr seht, zum Teil auch sehr gute Filme dabei. Aber auch meistens sind es doch eher die alten Filme. Oder irgendwelche Versionen, die die Anbieter mal raushauen hier zum Free2-Reinschnuppern. Gut, das war es eigentlich von dem Tutorial schon. Ich wünsche euch viel Spaß. Lädt schön fleißig runter. Und nach dem 1GB erlischt diese 1GB quasi. Ihr müsst nicht kündigen. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt die Software wieder deinstallieren. Andernfalls, falls ihr sagt, ja, pff, ja, war nett, war okay. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch zu registrieren. Kostenlos. 14 Tage, glaube ich. Es kann auch sein, manchmal gibt es so Aktionen, so 30 Tage. Aber im Großteil sind es doch 14 Tage. Dann könnt ihr 14 Tage ungefähr 300 GB runterladen. Und das ist schon eine Menge. 300 GB, ja, kurz anmelden. 300 GB runterladen. Und dann wieder am besten gleich Kündigung rausschicken. Weil wenn ihr es vergesst, dann habt ihr dann ein Abo abgeschlossen. Für, glaube ich, 10 Euro im Monat oder so. Ja, was eigentlich auch Peanuts sind. 10 Euro im Monat. Dafür, dass du fast unendlich per Flatrate Filme, Spiele, Musik runterladen kannst. Ja, pff, ja, mein Gott, 10 Euro. Und ja, das war es jetzt, das war es jetzt wirklich von mir heute. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann. Ciao.